Apfel-Enzym-Getränk Enzyme sind Biokatalysatoren, ohne die bestimmte lebenswichtige biochemische Prozesse überhaupt nicht ablaufen würden. Mit anderen Worten, unser Körper würde nicht mehr richtig funktionieren. Enzyme sind in den Lebensmitteln enthalten, die wir essen, aber sie werden bei höheren Temperaturen, zum Beispiel beim Kochen, zerfallen. Aus diesem Grund halten viele Menschenrohkost für unverzichtbar. Der Enzymgehalt fermentierter Lebensmittel wird während der Fermentation vervielfacht und die Enzymtherapie ist die wirksärmste Behandlung in der Naturmedizin. Deshalb empfehlen wir, so viele fermentierte Lebensmittel wie möglich zu essen. Beispiele hierfür sind unter anderem eingelegte Gurken, Sauerkraut, Kefir, Essig und fermentierte Enzymgetränke. Die XN vertreibt auch verschiedene Arten von Enzymgetränken, wie fermentierten Ananassaft mit Raupenpilzextrakt namens Cordypine oder ein Apfel-Enzymgetränk. Dieses Getränk wird durch die Gärung von geriebenen Äpfeln hergestellt, wobei die Äpfel ein Jahr lang in großen Tanks vergoren werden. Das Apfelmark wird anschließend gefiltert und als Marmelade und der Saft als Enzymgetränk vermarktet. Beide sind äußerst schmackhaft und nützlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017